Sie sind hier, der FC Nantes prüft, ob er von Cardiff City eine Ablöse für Emiliano Selle eintreiben kann. Der Argentinier ist noch nicht offiziell tot erklärt worden. Makabas Trauerspiel um Emiliano Selle, der französische Erstligist FC Nantes lässt bereits ohne eine offizielle Bestätigung des Todes seines vermissten Ex-Profis rechtliche Möglichkeiten zur Eintreibung der Ablöse von Salas ursprünglich neu im Club Cardiff City prüfen. Aus Vereinskreisen verlautete, dass die Nordfranzosen zwei Rechtsanwälte mit der Auslotung juristischer Schritte gegen die Walliser beauftragt haben. Zudem erwägt der Verein angeblich die Einschaltung des Weltverbandes FIFA, Selle gilt seit dem 21. Januar als verschollen. Der 28-Jährige war an Bord eines über dem Ärmelkanal abgestürzten Kleinflugzeuges, das den Argentinier nach Cardiff bringen sollte. Kurz zuvor erst war sein Transfer von Nantes zum walisischen Club aus der englischen Premier League für eine Ablöse von 17 Millionen Euro perfekt geworden. Am vergangenen Sonntag ist lediglich die abgestürzte Maschine auf dem Meeresboden entdeckt und ein noch nicht identifizierter Leichnam im Innenraum des Flugzeuges gesichtet worden, Nantes mit Ultimatum an Cardiff City. Die BBC berichtete inzwischen über ein Ultimatum der Franzosen an Cardiff von zehn Tagen zur Überweisung der Transfersumme. Ein Sprecher des britischen Clubs unterstrich gegenüber einheimischen Medien Cardiffs grundsätzliche Bereitschaft zur Zahlung der vereinbarten Transfersumme, erklärte jedoch zugleich die vorherige Klärung sämtlicher Umstände des Unglücks zur Bedingung für die Überweisung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017